Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Skimming Through the Zombie Apocalypse, The Beginning. Wir stehen wieder auf dem Friedhof... äh... Friedhof... nein, Spielplatz. Ich habe gerade das Ding hier angeguckt und musste aus Augenblick nicht irgendwie an Friedhof denken. Auf dem Spielplatz natürlich, wo da hinten noch die Katze ist, bei der wir Gixspiel betreiben können, und da hinten, da versteckt sich... ich habe vergessen, was es für ein Tier war, aber man konnte bei ihm Dinge kaufen bzw. tauschen. Und da ist unsere Fuchsdame, und sie ist nur noch hier, weil... tja... wegen Hanks Beinen, oder weil sie so ein gutes Herz hat. Ich würde mal sagen, es sind vermutlich Hanks Beine. Hm, das ist sehr, sehr nett. Hinten einmal gerade gesehen, es war ein Chamäleon, glaube ich, oder ein Lurich. Okay. Wir dürfen uns einen Wert von 40... Der ist zum Beispiel sehr viel bei der Gilde... Wie? Minus 24... was? Ach so! Warte mal, Others Value... nein, wir haben einen, der ist bei der Gilde sehr viel wert, und bei den anderen relativ wenig. Was war denn das? Hatten wir da nicht was, oder habe ich das total... Das hier, Others... das hier war es. Der war bei anderen sehr wenig wert, und bei der Gilde relativ viel. Nämlich 5 bis 20 Punkte. 5 ist natürlich nicht so viel, aber 20 sind relativ viel. Das Zeug hier, das habe ich eigentlich nur behalten, damit sie möglichst viel behalten darf. Und hier... Ah, das ist schon wieder zu viel. Rich, creamy, nutty wine. Gucken wir mal, ob das hier geht. Ja, das geht. Das geht. Okay, dann nehmen wir doch einfach... Oder könnte ich theoretisch das hier machen? Nein, könnte ich auch nicht. Okay, dann... Moment, so vielleicht? Nee, auch nicht. Ähm, die habe ich nicht das erst gemacht gerade. Ich habe einen davon behalten. Ich hatte alle davon, dann hatte ich noch das hier. Genau. Okay. Bye, bye. 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 Alright, also lasst uns zur Gilde gehen, oder... Erstmal ein bisschen vorher spielen. Nein, ganz ehrlich, ich will nicht. Es wäre sicher interessant, aber ich habe Angst, dass wir mehr verlieren, als dass wir gewinnen. Alright, let's go to the Gilde. Und natürlich haben wir den Bullen versprochen, dass wir nicht bei der Gilde beitreten. Aber ganz ehrlich, die haben uns übers Ohr gehauen. Wieder und wieder. Das ist mir voll egal. There it is. Ah, finally. I thought you knew where this place was. It's already night. We're lucky we're still alive. I got two dependent on the GPS. So this is it? Yup. Hmm. Seems like a real shithole. Oh, wait till you get inside. Okay, das war ja diese komische Motel-Abstahl. Das war ein sehr kurzer Abschnitt zwischen dem Speichern. Wow, the apocalypse really did a number on this place. Nah, it was always like this. Seriously? How can I help you folks? How do you feel about getting... Two outstandingly... Also zwei außergewöhnlich nützliche Mitglieder oder... Zwei außergewöhnlich resourceful members. Ähm... Ähm, was ist denn jetzt resourceful... Ähm, ähm... Ressourcenhaltige... Nein. Ich würde mal sagen, wir nehmen useful, oder? Wir nehmen mal useful. Einfach nur, weil ich mir gerade... Ja. Aber wir sind Weltklasse-Plünderer. Aber wir sind sauber, effizient und schnell. Aber hey, wie behandle dich. Fragen wir mal danach. Vielleicht erfahren wir dann, was er eher möchte. Ein wenig Prestige, also Weltklasse. Oder sauber, schnell und effizient. Aber wie ist die Apocalypse? Was? Wie geht's? Wie ist... Ich stehe nicht auf jeden Fall. Ist er okay? Ich habe nur ein bisschen nervös. Also, ihr zwei mögen, zu joinen. Hank, du schweißt das ab. Shut up. Schau, wir wissen, dass es sehr schwer ist, zu joinen. Aber gib uns alle eure Tests, und wir werden alles in unserer... Just sign here. To start the Tests? You know what? Fuck the regular Tests. Wir sind above das. Wir sind über das. Warum nicht so scheeps, die blindly folgen der Herd? Wir brauchen... Hank! For fuck's sake! You were doing this shit on purpose the whole time? Look, I don't know what you've heard exactly. But just sign here, and you're in. Bring us the loot, and we will let you stay for a while. That's the whole deal. Wow. Really? This is fresh. Well, great! Oh, and I'm really sorry about the sheep thing. Hank is a... I truly don't care. Can we get back to business? You know, we heard it's virtually impossible to become a member. Right. Seems like some of our members are spreading rumors that it's difficult to join. I assume they're just trying to keep the competition low. But it's starting to hurt business. What competition? I'll explain once you join. Sign here. Will do! There. Ahem. Congratulations. You are now members of the guild. What? Oh no. Fuck no. Not on my watch. Am I hearing this right? Sup, roomies? Jerry, don't you even dare let these motherfuckers join. Is that a threat? No, I'm just saying... Sounds to me like you're threatening me. But they're racist. They call us beef. Is that right now? Okay, wir dürfen also Mitglied werden, einfach indem wir unterschreiben. Und scheinbar wollen einige der Mitglieder einfach nur die Konkurrenz klein halten, indem sie dafür sorgen, dass möglichst wenig Leute beitreten, weil sie denken, sie werden sowieso nicht angenommen. Okay. Und haben wir sie tatsächlich Beef genannt? Ja, haben wir. Aber es war ein Unfall, oder? Oder sie haben Hanks Apartment ausgeraubt. Ja, ja. Sagen wir doch mal das hier. Das ist hoffentlich gegen den moralischen Kodex, dass man Leute ausraubt, die tatsächlich noch in ihren Apartments wohnen. Also, das war ein Missverständnis? Oder er wusste nicht mal... Ja, das war ein Missverständnis. Er sieht mehr wie ein Zombie aus, als ein echter Zombie. Warte, habt ihr ihn gerade selbst Zombie genannt? Wait, you just called him a zombie yourself. It's just the nickname. Carl is a good animal. And you had it coming for you, for what you did to him. Look, don't listen to them. Just check out my buddy Larry. They did this to him. Ähm. Wer kann mich... Wer kann mich lieben? Jetzt, wo ich noch... Oh, nein, wir nehmen das jetzt. Das ist so süß. Sind wir jetzt die Verrückten, oder... Was für Beweise braucht ihr noch? Ja, ähm, ja. Was mehr Proof do you need? Schau, schau. You all seem like really horrible animals. But I'm just a receptionist here. So I'm not going to play the mediator. You know the rules, so you better learn to get along. What rules? If you harm a member, you get expelled from the guild. Good rules. I'm loving these rules. Now, if you guys want to stay here, let me see, what kind of loot you have. Here you go. Okay. Müssen wir dem jetzt alles geben, oder einfach nur die Sachen, die für die Gilde wären? Das hier könnten wir ja zum Beispiel weglassen. Das ist für die Gilde nicht viel wert, und das ist für andere auch nicht viel wert, aber das ist halt Essen. Wir könnten eher sagen... Wir haben doch Sachen gehabt, die für die Gilde wertvoll waren, wie zum Beispiel... Ich dachte, die Diapers wären... Ach so, das ist sechs bis irgendwas gewesen und wir... Ach du je. Ja, die Sachen sind ja nicht viel. Wir könnten hier die Bücher, könnten wir ihnen geben. Die brauchen wir, glaube ich, selber sowieso nicht so sehr. Ich glaube, wir müssen sowieso alles rüber tun. Wir sollen ihnen ja unseren Loot zeigen. Das heißt, wir packen einfach mal alles hier rüber. Okay, wir sind beigetreten. Eine ganze Baracke mit Equipment? Drei Jahre Essen? Oder die Zehn Gebote? Kommt, die Zehn Gebote. Fragen wir mal danach. Die Ten Commandments? Wir würden nicht minden, wenn Gott gebt seinen Zweckens für wie zu gehen. Ich weiß, die Tiere sind die Schmerzen. Tell me about es. Wir arbeiten als Furniture Movers bevor die Apokalyse hat sich die Vorteile. Just schocken mich mit einem Carrot. Jetzt, über die competition ich erwähne. Wir haben eine Konnexion mit der Regierung auf den Zombie-Free Islands. So, wir haben eine Motivationale Programme. Die Sprengen-Team mit den meisten Punkte wird eine Ticket zu gehen. Vacation on Zombie-Free Islands? Nice. Not a vacation. It's a permanent stay. The most important people were transported to the islands first. But now as they are expanding, they are letting others join as well. You're shitting me! The most important people? Scientists, politicians, people from all important professions. Celebrities too, of course. Oh, you're saying that we can be chilling on the beach with... Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence. Ganz ehrlich, von den drei bin ich, glaube ich, Jennifer Lawrence gerade am sympathischsten. Jennifer Lawrence? Sure. Holy fucking shit! Are you hearing this, Larry? Good luck getting there with your points! I'm actually more interested in the scientists and engineers that I'd meet there. Name one. Um, Elon Musk. Wow, good one. Name another. Bentley John Smith. Ja, jetzt stelle ich fest, dass ich keinen von beiden kenne. Wir nehmen einfach mal, der klingt... Ich, ich hab keine Ahnung, wer sind die? Also bei den Schauspielern ging's ja noch, das waren sehr Bekannte, aber Art... Und Elon Musk kenn ich auch, aber Art Vandley und John Smith... Ich nehm mal ihn, weil er so interessant klingt vom Namen her. Ich will wissen, wer das ist. Art Vandley. Oh, for the love of... Ich bin ein bisschen Hilfe. Was ist denn? Was ist denn? Da sind zwei Weirdos approaching. Huh? Oh, shit. Samson's nicht hier. Okay, hier ist dein Ruhm-Key. Ich muss das machen. Wait a second. Did du just sagen Weirdo? Ja. Like, as in... Weird Animals? No, das ist wie Zombies das jetzt klingt. Wir leben unter ein Ruck. Ja. Told du die Name würde stick. Es ist wieder wie im Mittelalter oder wieder in den dunklen Zeiten oder... Wir haben nicht mal mehr nicht mal mehr ähm... Brieftauben. Ja, es ist... Wir haben wieder finstere Zeiten. Whatever. Ich bin sehr gespannt. Und ich finde es echt gut, dass wir jetzt Mitglieder sind. Eugh. What a wreck. I'm loving it. They expect us to sleep in those beds? Just look at them. No wonder they need to bribe us with a zombie-free island and celebrities on the beach. Not like we have a chance of competing anyhow. We're lucky we even survived today. That's where you're wrong. Am I? What if we run into another bear zombie while we're not in the van? Or even worse, a rhino! Not even a van is going to help us then. We'll handle it somehow. Also, look at the bolts. They're huge! And I can only guess who our other competition is. It doesn't matter. They're furniture movers and I'm a millionaire salesman. Who do you think's gonna win this race? Tja. Ah, das Geld ist jetzt nutzlos, du. Lippurierter. Du seniles Kaninchen? Also Geld ist nutzlos, oder die, die, ja, die Möbelpacker. Was nehmen wir denn? Haben wir eigentlich unseren Boot noch? Das würde mich jetzt echt interessieren. Nein, wir haben tatsächlich nichts mehr. Wir durften gar nichts behalten. Okay. Das heißt, falls wir das nochmal spielen, also ich es nochmal spiele, sehr wahrscheinlich werden wir das nicht nochmal zusammenspielen. Ähm, aber für die Zukunft wissen wir, es zählt nur der Wert für die Gilde. Und das ist das, worauf wir achten werden. Wir müssen nämlich sehr, sehr viele Punkte schlagen. Ganz ehrlich, momentan sieht's wirklich so aus, als würden die, ähm, Möbelpacker gewinnen. Obviously the furniture movers. Wrong. The real power lies in the ability to get animals to do what you want. And we are about to harness that power. Well, in my case, I'll just relearn it. But you'll harness it. We've been reading your notebook the whole day, and I don't think it helped all that much. What are you talking about? Of course it helped. Let's go through the lessons again before we call it a day. Nah, I'm too tired. Come on, just a quick glance at him. Okay. Es kann sicher nicht schaden. Was wir schon gelernt haben. Wir können ja gerne mal durchgehen, was wir schon gelernt haben. Alright, I guess it can't hurt. Groovy. So first we use different wording. Depending on how we wanted things to sound. Weirdos, if we want to make zombies sound less scary. Or something like fighters, if we want to scare prospects. You believe the animals of the guild are using weirdo too? Control your ADHD, Larry. I don't have ADHD. I just maybe, had it as a kid. Let's stay on the subject. Second lesson was Hank's slip. Freudian slip? No, it's my thing. Freaking Sigmund Freud came up with that. Well, maybe we came up with it at the same time. Yeah. Er hat im 19. Jahrhundert gelebt. Gib einfach zu, dass es gestorben ist. Wir weisen ihn mal auf die Zeiten, dass Sigmund Freud nicht gleichzeitig mit uns gelebt haben kann. He lived in the 19th century. So what? So what? Are you stupid? Larry, your ADHD is acting up again. Can you focus on what's important here? I don't fucking have ADHD anymore. Okay. Can we continue? So, we used Hank's slip to ask questions, and then find out essential information that helped us convince animals to scavenge for us. Actually, Freudian slip is when you let animals talk a lot, and then they accidentally slip information from their subconscious. So, if you listen carefully, you can find out something that even they don't know about themselves. It's not just asking questions. That's all nice, but I told you this is not a Freudian slip. Ugh. Is that it? Well, looks like that's it. I really thought we covered more ground. We'll go through more stuff next time. Anyway, these were just some beginner principles. Once we get to more complex ones, that is where we're going to see some mad power at play. I'm not so sure, dude. Animals are still the same, Larry. If I was able to sell them their own pants before, I could do it again. I guess I should give you some credit for making all that money selling garbage. Totally. Imagine how much loot we can get once we convince more animals like bulls to scavenge for us. Well, that would be nice. Larry, you'll see. We're going to become freaking negotiation Jedis. We'll need to become actual freaking Jedis if we're going to survive this insane world. Wait, but wouldn't we be more like Siths? I mean, we are getting animals to risk their lives for our game. Oh, you have a problem with the dark side all of a sudden? My young Padawan? Ich finde diese Unterhaltung herrlich. Aber das Problem, was ich hier sehe, ist, die Bullen haben über 9000 Punkte gemacht und das, indem sie alleine für sich ihre Sachen gesucht haben. Wir müssten also mindestens 18.000 machen, wenn wir 50-50 teilen wollen. Und das heißt, dass wir sehr, sehr viel, dass wir im Prinzip doppelt so viel looten müssen wie die mindestens, wenn ich wenn ich 70% von die also nein, also 70 mal oder 80 oh Gott, es wird furchtbar, wir werden so viel brauchen. Okay, ich glaube, du bringst die Lore ein bisschen durcheinander. Ich bin nicht dein Schüler. Ja, nehmen wir einfach mal. Ich glaube, über die Lore von Star Wars müssen wir mit ihm echt nicht diskutieren. Ich bin nicht dein Schüler. Aber nein, ich spiege die dunkle Seite. Okay, gut, wir studieren das, aber wir lernen auch von Praktiken und werden freaking Negotiations-Siths. Hell yeah! Oh, für fuck's sake. Oh, shit! Weißt du, welchen Horror ich habe gerade gelacht? Was? Es wird keine neuen Star Wars-Filme mehr geben. Wir werden niemals das Ende von Game of Thrones sehen oder wir werden niemals das Ende von The Walking Dead sehen. Wir waren gerade so schön bei Star Wars. Ich glaube, wir bleiben mal bei Star Wars, oder? Und ich meine, ganz ehrlich, Walking Dead sehen wir gerade live, sozusagen. Das Ende von Game of Thrones. Stellt euch einfach vor, alle wären gestorben. Mir ist bitte kein Spoiler dafür. wir machen mal das Star Wars-Movie. There won't be any new Star Wars movies. Oh, fucking cabbage. They just started making them again, too. Yeah, and they were pretty good. And in 3D. Well, alright. Time for bed, I guess. Yeah, let's call it a day. Ugh, this bed's a mess. Mine seems fine. Ugh, son of a bitch. Doesn't anyone clean in here? You want to switch? Why would you want to switch? Weil ich ein gutes Durcheinander mag? Weil es mir egal ist. Ja, weil es mir egal ist, oder? Because I don't care. Hmm. Alright. What is this? Dude, your bed's all wet. And sticky. What the fuck? Haha, gotcha. See what the power of persuasion does? That's not the power of persuasion. You just lied to me. Half the powers and lying. I want to switch back. No. You need to learn a lesson. Get up, Hank. No. You're unbelievable. Alright, Larry. I'm gonna hit the hay. Go to hell. You have a nice night, too. Das war doch nett. Allerdings hätte ich, glaube ich... Oh, oh, war's das etwas schon? Ich glaube, das war's schon. Ich glaube, das war die erste Folge von... von Skimming zwischen Zombie Apocalypse, The Beginning. Ich würde gerne noch weiterspielen. Ich glaube, ich freue mich jetzt sehr auf die zweite Folge. Das wird schön. Okay. Ja. Ja. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass die... dass die Texte halt englisch sind. Ich versuche es ja so ein bisschen... Aber ich denke, es ist sehr einfaches Englisch. Man kann es gut verstehen. Und ich finde es tatsächlich sehr lustig. Oh, das war ja sehr kurz, wirklich. Finde ich jetzt echt schade. Ich freue mich schon auf das zweite... die zweite Folge, die bald kommt. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber sie wird im Hauptmenü, wird sie schon angekündigt. Man kann sie schon wishlisten auf Steam. Das war schön. Mal gucken, ob wir es schaffen können, die Bullen zu schlagen. Irgendwann, vielleicht. Oder ob wir... Ich weiß nicht, ob wir irgendwie einen Weg finden müssen, sie auszuschalten. Sie vielleicht sogar dazu bringen, dass sie für uns looten. Das wäre natürlich... Larry. Hey, Larry. Du wachst? Was willst du? Okay, ich fühle mich schlecht über das. Nein, das war ein wirklicher Jerk-Move. Also, es war wirklich nicht richtig von mir, oder? Du hast ja nicht so... Irgendwas stimmt mit dem Bett doch nicht, oder? Er will einfach nur wieder dann zurück, weil das ja noch schlimmer ist. Vermutlich sind da welche Viecher drin. Ah, wir zeigen uns mal Reue. Ich glaube, bei ihm... Bei Larry zieht es näher, wenn wir... wenn wir Reue zeigen. Nein, das war ein wirklicher Jerk-Move. Nein, ich falle nicht für das. Ich falle für was? Du warst schon in diesem Bett. Wie kann ich dich austricksen? Ähm, ich... Ich biete dir nur einen Ausdeich an, oder sowas? Oder, ähm... Sei nicht... Sei nicht immer so paranoid. Du bist in diesem Bett, schon mal. Wie kann ich dich tricken? Aber warum willst du das tun? Komm schon, Larry. Wir müssen einander vertrauen? In gefährlichen Situationen, oder... Warum musst du alles überanalysieren? Ähm, ich will es einfach. Wir müssen uns morgen in gefährlichen Situationen vertrauen. Wir können nicht Vertrauen über eine stupide Lachen verlieren. Ja, ich glaube, du bist richtig. Alles klar, lass uns das machen. Er haut ihn doch schon wieder übers Ohr. Oh, crap. You made this one wet as well. I was just wet from the other bed. Well, at least it's not as bad as the other one. Wait. Ow! What the fuck is that? It's a spring. What? A spring. What kind of a spring is this? This thing will skin me alive if I turn around in my sleep. That it will. The thing popped straight into my back. I bled all over the bed. So this wet shit is your blood? Oh, for fuck's sake, Hank. Practicing trust? Haha, gotcha again. Fool me twice an achievement. Sehr schön. Ja, das war's dann schon mit Scheming... Hier, Episode 2 coming soon. Das war's. Scheming through the zombie apocalypse, the beginning. Es war ein kurzes Abenteuer, ein kurzer Ausflug, aber es war sehr lustig, finde ich. Und wie gesagt, ich freue mich sehr auf die zweite Folge. Ich hoffe, die können wir dann auch irgendwann zusammenspielen. Macht euch jetzt noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Sagt mir gerne, was ihr von dem Spiel gehalten habt. Oder ob ihr es vielleicht selber spielt. Ich glaube, das macht am meisten Spaß. Einfach selber versuchen. Wir haben übrigens niemanden umgebracht. Das möchte ich hier mal betonen, ja? Wir haben es geschafft, dass wir keines der Tiere umgebracht haben. Dafür gibt es auch ein Achievement, wenn man, glaube ich, mindestens ein oder zwei umbringt. Das werde ich sicher nochmal privat versuchen irgendwann. Macht euch jetzt noch einen flauschigen Tag, ihr Süß. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei einem anderen Let's Play nehme ich an. Und bye bye.